Emo, hör ruhig dich! Komm schon! Die Papiere bitte. Danke, Sie können passieren. Fahren Sie. Vielen Dank. Du Dreckschwein. Der riesige Schamfleck von einem Gebäude, da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand gewastet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann diese Scheißmonster hingestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt. Echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn? Anja sitzt am Funkgerät in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Hier steigen Sie aus. Bis dann, Bleskowitsch. Vergeigen Sie es nicht, okay? Oh nein. Ja, nein. Untertitelung des ZDF, 2020